ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Es gibt neue Informationen zum Fall Vuscovic. Laut Informationen der Mopo wird der Fall von Mario Vuscovic erst im Dezember vor dem CAS weiter verhandelt. Mit einem Ergebnis wird wohl erst 2024 zu rechnen sein. Der HSV hat einen neuen Exklusivpartner. Die Trading- und Investment-Plattform eToro ist ab sofort und bis mindestens 2025 Exklusivpartner des HSV. Innerhalb der Partnerschaft wird eToro während der HSV Heimspiele auf den Premium-TV-LED-Banden im Volksparkstadion zu sehen sein. Zudem präsentiert der Exklusivpartner ab der neuen Saison die Statistiken des Spiels auf der Videoleinwand im Stadion sowie im Live-Ticker und auf den Social-Media-Kanälen des HSV. Neue Regeln der zweiten Bundesliga via HSV. Neue Regeln. Das International Football Association Board hat auch zu dieser Saison mehrere Regeländerungen beschlossen, um das Spiel fairer zu gestalten. Hervorzuheben sind dabei Änderungen im Hinblick auf die Regel 7, Regel 11 oder auch Regel 14. Der Torjubel gehört nun ausdrücklich zu den Gründen für eine Nachspielzeit. Bedeutet, je länger und häufiger Treffer bejubelt werden, umso länger geht die Zugabe, womit letztlich die Nettospielzeit erhöht werden soll. Bei der Frage, ob ein Spieler das abseits durch absichtliches Spielen des Balls aufgehoben hat, ist der Regeltext nun noch konkreter. Demnach muss ein Spieler klare Sicht auf den Ball und ausreichend Zeit gehabt haben, seine Bewegungen zu koordinieren. Der Ball darf zudem nicht aus zu kurzer Distanz, nicht zu schnell und nicht per Ping-Pong-Effekt auf ihn zugekommen sein. Heißt, berührt ein Verteidiger den Ball lediglich irgendwie und schafft es nicht, ihn zu kontrollieren, hebt er das abseits auch nicht auf. Weniger Psychospielchen beim Elfmeter. Im neuen Text wird darauf hingewiesen, dass der Torwart den Torpfosten, die Querlatte und das Tornetz nicht derart berühren darf, dass dadurch die Torlatte schwingt und der Schütze dadurch irritiert wird. Tom Sanne wird erstmal mit der U21 trainieren und dort auch eingesetzt werden. Aktuell ist in der Walter-Truppe kein Platz für Sanne. Seine Mittelstürmerposition ist durch Topknipser Robert Glatzel sowie den Wiedergelesen Andras Nemet doppelt besetzt. Wie heute auch bekannt gegeben wurde, fällt unser Kapitän Sebastian Schonlau am Freitag in der Saisoneröffnung gegen Schalke 04 aufgrund von Wadenproblemen aus. Laut der Bild fehlte Jonas Meffert am Ende der Trainingseinheit auf dem Trainingsplatz, da er ein leichtes Ziehen in der Leiste verspürte. Jedoch soll der Einsatz gegen Schalke 04 aber nicht in Gefahr sein. Seit heute existiert eine kleine Hoffnung bei Muhheim. Nach einem individuellen Aufwärmprogramm ist der Linksverteidiger als neutraler Mann im Trainingsspiel dabei. Ob er für einen Einsatz im Spiel gegen Schalke rechtzeitig fit wird, ist noch ungewiss. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.